Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 mit einem neuen Live-Commentary. Ich spiele heute Call of Duty Black Ops 2, Herrschaft auf der Breite Runde 2 von 2 und werde so ein kleines Commentary heute mal raushauen. Ich werde heute die M27 einpacken, gespickt mit der FHJ-18AA. Habe dabei, habe ich jemand anders? Ja, klar, natürlich, ich habe meine Waffen auch am Start, man. Aber ich habe natürlich noch jemanden dabei, der ein richtig schilliger Typ ist, habe ein bisschen mit ihm gesprochen und das ist auf jeden Fall der ChomTom FT9. Er kann sich jetzt nicht hören, weil er irgendwas mit dem Internet ist und auf jeden Fall funktioniert es jetzt gerade nicht. Aber das macht gar nichts, weil ich habe gedacht, hey, ein Problem, ich mache das Commentary trotzdem, Mann. Ist ein korrekter Typ, ist ein PSN-Freund von mir, kenne ich jetzt noch nicht so lange, ist nur in der Freundesliste zugestogen. Ich wollte euch noch eine kleine Information sagen. Leute, meine Freundesliste ist jetzt voll, es sind nur noch Abonnenten drin und ein paar Leute, die jetzt kein YouTube haben und möchte von denen eigentlich auch keine löschen. So, wenn ihr aber trotzdem mal mit mir so ein kleines Commentary machen wollt, dann müsst ihr mir eigentlich nur eine Nachricht schreiben, hi, darf ich ein Commentary machen? Dann werde ich das arrangieren, werde dir dann die Zeit nennen und dann können wir Call of Duty Black Ops 2 zocken. Du brauchst halt Black Ops 2 für die ganze Geschichte. Es geht auch GTA 4, die Ballade auf G, Tony, eins von beidem und dann geht's los. Einfach YouTube-Games-Germann. So, genug gelabert, Leute, es geht jetzt nochmal an PSN-Freund hier. Das ganze Video gehört dem TomTomFT9. Hier hat das Clan-Tag HKL drin. Ich weiß jetzt nicht, was HKL bedeutet, ist aber ein Clan. Und wenn der Clan das sieht, ich grüße erstmal den ganzen Clan. Ich grüße den HKL-Clan und TomTomFT9. Gib Internetwahl. Hau rein. So, A wird gesichert, Leute. Hören wir mal chillig hin. Wir haben ja keinen Stress am Start und hauen uns einen Kill rein. Herrlich, oder? Das ist doch schön, Mann. So, ja, jetzt werde ich erstmal C sichern. Ich weiß, meine KD ist nicht gerade der Bringer. Aber es geht mir nicht um den KD im Spiel, Mann. Es geht mir um Spaß, Mann. Um was? Ich kann ja nicht besser zirken dadurch, Mann. So, ich blick aufs Weglegen, Mann. Nein, mach ich nicht, Mann, Bro. Mach ich nicht, Bro. Das andere Team hat zwar nur gekämpft, aber gegen Camper hat selbst der beste Spieler keine Chance. Das hat schon Alberto Sand persönlich gesagt. Und ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Es war ein kleines Live-Kommentary. Sehr kurz, aber ich hoffe, es hat euch gefallen, Mann. Haut rein, euer YouTube Gamescom und euer TomTomFT9. Sagen tschau. Bis dann. Haut rein.